Nicht nur rund um den Marienkirchplatz müssen Polizei und kommunaler Sicherheits- und Ordnungsdienst KSOD regelmäßig wegen Drogendelikten einschreiten. Mit einer entsprechenden Liste, die am Donnerstag in der gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe und Sozialausschuss auf den Tisch kommt, weist die Verwaltung auf zahlreiche Problembereiche in der Stadt hin. Mehr als ein Dutzend Orte taucht auf der Liste auf darunter zum Beispiel der Rosengarten, der Platz am Niedertor, der Berliner Platz im Bereich des Toilettenhäuschens sowie die Kinderspielplätze Jägersstraße und am Kiewitzbusch. Die Politik will ein Konzept gegen die Drogenszene auf den Weg bringen, um die Probleme einzudämmen, daher wurde die gemeinsame Sitzung von Jugendhilfe und Sozialausschuss anberaumt. Politik sieht massives Problem, zwar tritt die Verwaltung bei den Begrifflichkeiten etwas auf die Bremse. Nicht an allen Orten auf der nun vorgelegten Liste könne zum Beispiel von einer Drogenszene gesprochen werden. Allerdings würden an den genannten Plätzen regelmäßig entsprechende Delikte festgestellt von ausuferndem Alkohol über Drogenkonsum bis hin zum Drogenhandel. Angesichts der Länge der Liste spricht Thomas Kaumanns CDU von einem massiven Problem, das es in der Stadt offenkundig gäbe. Spätestens seit die Zustände am Marienkirchplatz von Anwohnern benannt wurden, ist die Drogenproblematik ins Bewusstsein gerückt. Zwar haben verstärkte Streifengänge der Polizei und Durchordnungspartnerschaften am Marienkirchplatz laut Verwaltung für einen Rückgang des Drogenhandels bzw. des Drogenkonsums gesorgt. Aber erstens ist dort noch lange nicht alles gut und zweitens hat die Sache einen Haken. Viele Personen, die am Marienkirchplatz auffällig geworden sind, seien einfach zur Hafenbrücke bzw. in den nahen Hafenpark weitergezogen. Das Bürger- und Ordnungsamt verweist daher auf einen Verdrängungseffekt. Diese Maßnahmen sollen helfen, um dem entgegenzuwirken, schlägt die Verwaltung im Wesentlichen zwei Maßnahmen vor. Erstens die Installierung eines aufsuchenden Beratungsangebots. Als Ergänzung zur fest installierten Drogenberatungsstelle könne zum Beispiel ein Beratungsbus eingesetzt werden. Zweitens das sogenannte Sauberkeitsspartenprojekt, das bislang auf das Gelände hinter der Drogenberatungsstelle an der Augustinusstraße begrenzt ist, soll auf weitere Orte ausgedehnt werden. Im Zuge des Projekts entfernen Drogenkonsumenten im öffentlichen Raum zum Beispiel Spritzen und Flaschen. Sie erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung. Die SPD signalisiert bereits, dass sie beide Maßnahmen unterstützt. Die Verwaltung soll eine Kostenkalkulation vorlegen. Claudia Föhr, jugendpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten, ist überzeugt wir brauchen Hilfe statt Verdrängung. Eine reine Verbots- und Verdrängungspolitik halte die Abhängigen offenkundig nicht davon ab, Drogen zu konsumieren. Stattdessen werde eine effektive und flächendeckende Prävention und Hilfe erschwert. Der CDU geht das jedoch nicht weit genug. Wir brauchen einen Mix aus sozialen und ordnungspolitischen Maßnahmen, betont Kaumanns. Wir müssen auch ein klares Signal setzen. Drogenkonsum wollen wir in Neuss nicht. Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region. Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an Quelle NGZ. Die Nachrichten aus der Region ist eine Übersicht auf der Kabinther in Neuss. Der Dr. Abhängung ist auch eine Übersicht. Untertitelung des ZDF, 2020